Es war eine Überraschung und ich wusste, das gibt ein gründes Sommerfest und ich habe schon gedacht, hier sagst du tschüss, aber dass wir jetzt hier Danke Robert und sowas machen, das macht einen immer ein bisschen sprachlos und es ist nicht ein bisschen Abschiedsschmerz, sondern ich muss ein bisschen aufpassen, dass hier nicht, dass das Interview gut weiterläuft. Gut, dann wollen wir mal. Politische Gegner beschreiben Sie auch als einen, der sehr ungeduldig wird in der Auseinandersetzung, auch mal bockig wird in der Auseinandersetzung. Trifft das zu? Das hängt, glaube ich, von der Perspektive des Betrachters ab, aber ja, ich muss manchmal kämpfen, Emotionen im Griff zu behalten und nicht immer gelingt es mir und wenn ich dann sozusagen auf die Hüse getreten bin, bei dem entschuldige ich mich jetzt hier formal und formell. Wenn Sie nun mit diesen Eigenschaften nach Berlin gehen, wo Sie ja auch im Wartestand sind mit den Grünen, weil die GroKo noch ein bisschen hält, wie werden Sie das dann eigentlich bewerkstelligen? Die Emotionen im Griff behalten? Genau, die Ungeduld. Ich habe ja eine schleswig-holsteinische Schule hinter mir und das nehme ich mir wirklich fest vor, das, was ich hier lernen durfte. So muss ich sagen, es waren wirklich intensive und fantastische Jahre für mich, die mich verändert haben. Das will ich nicht vergessen und das war im Prinzip immer den Menschen hinter der politischen Debatte zu sehen, den Menschen hinter der Politik. Solange ich das mir immer wieder klar mache, geht es auch mit den Emotionen oder der Leidenschaft vielleicht. Ihr politisches Ziel als Bundesvorsitzender der Partei ist einigermaßen klar, aber was ist eigentlich Ihr persönliches Ziel bei dem, was Sie jetzt vor sich haben? Das ist deckungsgleich, würde ich sagen. Politik, so wie ich sie verstehe, ist kein Beruf, sondern es ist immer auch ein Privileg. Das heißt, ich kann gar nicht zwischen Freizeit und Arbeit, zwischen persönlichem Anliegen und politischem Anliegen wirklich unterscheiden, sondern das, was man sagt, wie ich das verstehe, ist immer auch das, was ich fühle. Und deswegen ist der politische Misserfolg auch der persönliche Misserfolg und umgekehrt. Und wie würden Sie Ihr Ziel beschreiben? Bei der nächsten Wahl die Grünen in die Regierung zu führen. Das ist doch logisch. Vielen Dank, Herr Habeck.